Psoriasis, Schuppenflechte. Die Schuppenflechte Psoriasis ist eine entzündliche, nicht ansteckende Erkrankung. Sie macht sich vor allem durch rötliche, schuppende Hautveränderungen bemerkbar, die jucken können. Die chronische Erkrankung verläuft typischerweise in Schüben mit mal stärkeren und mal leichterem oder gar keinen Hautproblem. Schaut man sich die Erklärungen an, die in dem deutschen Psoriasisverband kundgetan wird, lautet dies wie folgt. Da die Veranlagung für Schuppenflechte in den Genen steckt, ist die Erkrankung zwar nicht heilbar, aber sie ist gut behandelbar. Eine ganze Palette moderner Behandlungsmethoden stehen zur Verfügung, die je nach Art und Ausprägung der Psoriasis angewandt werden können. Grundsätzlich könnte meine Meinung zu dieser nicht konträrer sein. Ich nenne es mal Meinungsbild der Autoren. In Anbetracht der Tatsache, dass sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, Umweltgifte und so weiter unsere Genetik steuern, ist für mich dieses Statement nur schwer akzeptierbar. Ich möchte dies mit einem Beispiel näher bringen. Grundsätzlich manifestieren sich bestimmte Krankheitsbilder im Laufe des Lebens. Vorher waren die Menschen gesund. Das ist der Tatsache geschuldet, dass dein Bauplan, der sich auch DNS nennt, völlig makellos ist. Sonst würdest du krank geboren worden sein. Die Genetik allein ist nur in allerseltensten Fällen schuld, sondern vielmehr die Epigenetik, die auf der Genetik liegt, Epi, die bestimmt, was von deiner DNS abgelesen wird. Daher ist es für mich kein per se genetischer Fehler, sondern der Körper hat gesunde Informationen, siehe frühere Lebensjahre, sondern vielmehr ist es für mich ein Übertragungsfehler. Die Abschrift der DNS wird nicht korrekt weitergegeben. Dieser Fehler wird sich dann weiter replizieren und sich in einer Krankheit manifestieren. Ein Beispiel könnte auch ein Mangel sein von Nährstoffen. Ein Beispiel ist das Vitamin A. Retinol dient als Kofaktor für das Schilddrüsenhormon T3, auch Triothyronin genannt. Das Schilddrüsenhormon dockt direkt am Zellkern an, an einen Rezeptor der DNS und steuert so unsere Genexpressionen. Was von der DNA exprimiert wird, also abgelesen wird und hergestellt wird, welche Proteine daraus hergestellt werden, welche Enzyme daraus hergestellt werden. Haben wir einen Mangel, zum Beispiel von Vitamin A, haben wir zwar die richtigen Informationen, aber können diese nicht richtig ablesen und weitergeben an die Zellen. Also man kann auch sagen, die DNS ist also unsere Bibliothek, aber niemanden, der es korrekt ablesen kann und weitergeben kann. Das manifestiert sich durch die Entwicklung von Übergewicht, hier zum Beispiel, wenn Vitamin A Mangel da ist, weil das Schilddrüsenhormon nicht wirken kann. Die Schilddrüse steuert ja deinen Stoffwechsel und dein Körpergewicht. Oder ein metabolisches Syndrom, da kann es dementsprechend auch drin münden. Es gibt heute immer noch keinen kausalen Ansatz und auch keine Ursache, Belegung dieser Krankheit. Es gibt aber sehr wohl Krankheitsbilder, die mit Psoriasis korrelieren, da unser Immunsystem fehlgesteuert wird durch falsche Botenstoffen von Immunzellen, die aber die Ursache im Darm haben. Dazu jetzt alles genau, Step by Step erklärt. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, lass mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und schreib mir sehr gerne deine Video-Wünsche in die Kommentare. Ich lese übrigens jeden Kommentar und like auch sehr gerne die Video-Ideen, die dir gefallen. Zunächst müssen wir erschließen, um welche Immunzellen es sich handelt. Welche Stoffe diese Immunzellen absondern, wie man diese Botenstoffe senken kann und was der Darm damit zu tun hat. Betrachtet man sich dieses Bild hier von der IMD Berlin, die übrigens auch Laboruntersuchungen anbieten, kann man auch sehr empfehlen. Wir haben ein angeborenes Immunsystem, eine angeborene Immunität genau genommen und eine erworbene, das heißt die von Geburt an, bestimmte Immunzellen und dann dementsprechend welche, die sich erst spezialisieren durch Umwelteinflüsse, mit welchen Erregern sie so in Kontakt kommen. Und das ist dementsprechend der erworbene Teil. Und so auch die Krankheiten, die mit einem falsch eingestellten Immunsystem dementsprechend einhergehen, auf das erworbene Immunsystem dementsprechend treffen. Diese erworbene Immunität wird dann nochmal unterteilt in die Humorale und die Antikörper, also mit Antikörpern und die Zelluläre dementsprechend. Es handelt sich hier um die T-Helferzellen aus der zellulären Komponente, auch CD4-Plus-Zellen genannt. Davon gibt es jetzt einige. Schaut man sich den Wirkungsort dieser Zellen mal genau an, sieht man, dass die TH17-Zellen hier passen auf diese Schuppenflechtkrankheit. Sie wirken nämlich, da wo die Symptome quasi auch der Schuppenflechte auftreten, ja, denn sie wirken auf der Haut, also in den Epithelzellen oder auch im Darm, denn dort befinden sich ebenfalls Epithelzellen. Eine chronisch erhöhte Konzentration von diesen TH17-Zellen findet man ebenfalls bei Multiple Sklerose Erkrankten. Rheumatoide Arthritis, Söckchen-Syndrom, ja, das für einen trockenen Mund und trockene Augen, weil die Drüsen angegriffen werden von Immunsystem dementsprechend, halt, ja. Oder auch Morbus Bechterew, ja, also Entzündungen der Wirbelsäule, wo man so einen gekrümmten Halt nach vorne hat, ja, Lupus, Morbus Crohn, ja, Colitis Ulcerosa, also Darmerkrankungen, ja. Und Diabetes Typ 1, eine Autoimmunerkrankung in der Bauchspeicheldrüse. Da findet man ebenfalls alle dieses erhöhten TH17-Zellen. Diese TH17-Zellen, sondern ein Botenstoff aus, der Interleukin, also IL auch abgekürzt 22 heißt. Doch was hat dieser zu tun mit der Schuppenflechte? Schaut man sich diese randomisierte humane Studie aus dem Jahre 2019 an, die in Wisconsin, so am College, durchgeführt wurde, dann sieht man eindrücklich, dass gesunde deutlich weniger Interleukin 22, der Botenstoff, der Immunzellen im Blut aufweisen, als jene mit Schuppenflechte erkrankte Menschen. Das Medikament Guselkumbab, ja, Guselkumbab, komischer Wort, ich weiß nicht, wer da auch gekommen ist, wird gegen Psoriasis eingesetzt, indem es eben das Interleukin 22 unterdrückt. Das sieht man hier am Ende in blau nochmal. Auch hier sieht man eindrücklich, sobald der Spiegel von Interleukin 22 am tiefsten ist, werden auch die Stellen der Schuppenflechte und der Schweregrad hier unter Synchron, also hier Synchron quasi, gemindert, sehen wir hier. Beides korrelativ, ja. Das weniger, Interleukin 22 weniger, weniger Schuppenflechte. Und das statistisch signifikant. Ein klarer Zusammenhang. Es gibt auch viele weitere randomisierte Humanstudien, die genau diesen Trend zeigen. Senkt man Interleukin 22, aber auch 17, Interleukin, kommt es zu schlagartigen und statistisch signifikanten Verbesserungen und zu Verschwinden dieser Erkrankungen. Kommen wir nun, wie man diese Stoffe denn senken kann im Körper. Dazu gibt es eine randomisierte humane Studie aus dem Jahre 2020 aus Italien, Palermo von Pascal Mansuetto, zu einer, habe ich aber gut ausgesprochen, zu einer Weizensensivität, die keine Zylokie ist, das heißt keine Weizenunverträglichkeit direkt ist, sondern eher eine Weizensensivität, also Übersensibilisierung quasi dagegen, kann man ja sagen. Viele Menschen haben diese persistierende Weizensensivität, merken es aber gar nicht gescheit. Kämpfen aber stark mit repetierenden Schuppenflechten. Man sieht hier eindrücklich, dass deutlich mehr CD4-Plus-Zellen sowie auch Interleukine produziert werden in den Menschen, die diese Bodenstoffe ja dementsprechend aufweisen, ja. Sie natürlich auch für die Schuppenflechte verantwortlich sind. Haben wir schon geklärt. Daher mal auf Weizen bzw. auf Gluten verzichten und testen, ja. Oder auch mal auf Milch, ja. Das zeigt auch oft sehr gute Erfolge, ja. Der Mechanismus ist noch nicht ganz geklärt, aber das sind zuerst die Anhaltspunkte, die man als allererstes mal probieren sollte. Dann gibt es noch einen Stoff und zwar Curcumin aus der Kurkuma-Wurzel. Dazu eine randomisierte Humanstudie aus dem Jahre 2015, über zwölf Wochen, von Emiliano, Antiga aus Florenz, Italien. Man sieht hier, dass die Intensität und die Stellen der Schuppenflechte statistisch signifikant zurückgegangen sind in beiden Gruppen, aber auch in der Placebo-Gruppe. Aber in der Curcumin-Gruppe nochmals statistisch signifikanter mehr im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Aber wie kann dies zu erklären sein? Dann müsste es ja auch das Interleukin-22 gesenkt haben. Denn das sorgt ja für die Manifestation der Schuppenflechte. Und auch das wurde hier im Blut in dieser Studie untersucht. Und das ist nur in der Curcumin-Gruppe Statistisch signifikant gesunken. Nicht in der Placebo-Gruppe. Also es passt wunderbar zusammen und macht wirklich jetzt hier Sinn nochmal. Also Tipp, kann ich euch nochmal geben, ein liposomales Curcumin eventuell mal auszuprobieren. Denn dieses hat nämlich eine 40-mal höhere Bioverfügbarkeit, da die Bioverfügbarkeit normalerweise von Curcumin sehr, sehr schlecht ist. Auch wenn es noch aufgebessert werden kann, aber das ist alles sehr, sehr begrenzt. Und von daher an seht ihr hier mal zum Beispiel die Studie, die Humanstudie, was Liposomales kann im Vergleich zu normalem Curcumin. Das ist schon wirklich wie Tag und Nacht von der Wirkung her. Kann ich euch aber auch gerne mal unten verlinken. So, jetzt wissen wir, was tatsächlich hilft neben Medikamenten, sondern aus der Natur ohne Nebenwirkungen. Das ist sehr, sehr viel wert. Aber die Ursache ist damit noch nicht beseitigt. Tatsächlich liegt die Ursache, wie fast immer, im Darm. Eine Fehlbesiedlung ist die Ursache. Candida albicans, ein Darmpilz, welcher oft unentdeckt bleibt, ist einer der Hauptinduktoren für diese TH17-Zellen, welche ja peresistieren, diesen Botenstoff Interleukin-22-Sizinieren, das heißt ausschütten. Die Schuppenflechte entstehen lassen dadurch. Und das wollen wir ja eben nicht. Das wird auch durch randomisierte Humanstudien belegt. So heißt es in einer Studie, die Besiedlung mit Candida albicans führt zu einem signifikanten Anstieg von TH17, verwandten Zytokiden und hochaktiven TH17-ähnlichen Zellfrequenzen. Es ist sicher nicht der einzige Grund. Candida, ja. Man kann aber auch eine Fehlbesiedlung allgemein haben, ohne eine Kandidose. Daher sollte man definitiv probiotische Lebensmittel oder Bakterien direkt in Betracht ziehen. Denn diese verdrängen natürlich Candida. Wir sehen hier zum Beispiel sehr eindrücklich den Abwärtstrend in der Probiotika-Gruppe, nicht in der Placebo-Gruppe, durch die Einnahme von Probiotika in Bezug auf eine Candida-Besiedlung, beziehungsweise Überbesiedlung. Dazu gibt es unzählige Studien, mit denen ich euch jetzt leider nicht langweilen möchte. Aber ich verlinke euch sehr gerne mal Probiotika mit magenresistenten Kapseln und Präbiotika, das heißt die Nahrung für die Probiotika, direkt in einer Kapsel kombiniert. Und sehr, sehr wichtig, dass nur ganz bestimmte Bakterienstämme pro Kapsel gegeben werden, die sich nicht gegenseitig behindern und konkurrieren. Das macht es für mich meines Erachtens zum fortschrittlichsten wissenschaftlichsten Probiotika auf dem Markt meines Erachtens. Wichtig ist aber auch, diese Lebensmittel zusätzlich zu integrieren, wie zum Beispiel Sauerkraut oder sowas. Oder bestimmte Fermente, die man auch trinken kann. Man könnte auch Kombucha zum Beispiel oder Natto könnte man auch integrieren und so weiter. Denn diese, oder auch Joghurt ist ja sehr gut, vor allen Dingen Joghurt, aber nicht den gekauften, denn der ist tot. Da lebt nichts mehr, der ist pasteurisiert, sondern selbstgemachter Joghurt. Das ist wirklich der Game Changer. Dann Zucker, Weizen und viel Obst meiden und tierische Produkte. Denn wir brauchen so viel, wie es geht, überhaupt nur Ballaststoffe in unserer Ernährung und so viel, wie wir vertragen. Das ist auch ganz wichtig. Jetzt nicht Unmengen an Ballaststoffen zuführen. Das kann auch den Darm und die Peristaltik, die Bewegung, die Muskulatur des Darms überfordern. Ja, und ganz wichtig ist ebenfalls auch, das konstant durchzuführen. Nicht nur für zwei Wochen, eine Woche, wie auch immer halt, sondern das länger zu machen. Immer mindestens zwölf Wochen ist ganz, ganz wichtig. So, denn es ist ganz wichtig, dass die Bakterien dann auch bei uns bleiben und sich ansiehen. Und das dauert mehrere Wochen bis Monate, dass sie da so bleiben. Und wenn sie da sind, verdrängen sie wieder die fehlbesiedelten Bakterien und den Candida-Pilz und kleiden den Darm wieder mit guten Bakterien aus. Aber dazu braucht diese Bakterien auch in der Nahrung, also viel Gemüse wie Kohl, Pilze, Lauch und so weiter. Obst, nur Beerenfrüchte am besten. Die haben nicht so viel Zucker und viel Ballaststoffe. Als Proteinquelle eignen sich hier sehr, sehr gut Linsen und als Kohlenrate Kartoffeln zum Beispiel, die abgekühlt sind. Denn diese bilden dann eine retro-radierte Stärke, die ebenfalls auch ein Ballaststoff ist. Das heißt, die verlieren abgekühlte Kartoffeln ja bis zu 10 Prozent ihrer Kalorien nochmal. Das ist auch toll, vielleicht zum Abnehmen halt. Das war es mit dem Video. Alle Infos findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Dann bin ich Ich demonstrations. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.